Audiamo Plus. Wir hören uns. Kunst und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben. Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian Batzand-Hegemark. Oh. Wir schlafen mit einem persönlichen Anliegen, das wir haben. Okay. Wir würden total gerne per du sein. Auch kein Problem, nein. Wenn das die Sache erleichtert. Wir können das nicht wissen, ob es das erleichtert. Aber wir haben uns gestern besprochen, dass wenn es für dich okay wäre, dann … Ich muss nur die Erlaubnis bekommen, hin und wieder mal ein C einzuflechten, weil ich natürlich diese Generation bin, die mit dem C weitergekommen ist. Und ich glaube, das hat gute Gründe. Und das erzählt ja auch sehr viel, dass ihr jetzt alle per du sein wollt, während in meiner Generation, dass sie als Abstand von den viel größeren Abständen einfach notwendig war. Wie bewertest du es? Das ist keine Bewertung. Das ist eine historische Rückschau, dass eine Person, die sich von einer Kultur trennt, mit dieser Kultur nicht per du sein mag und kann. Also ich würde die Welt einteilen in die Generationen, die schreien gelassen wurden als Babys und die, die schon aufgenommen wurden oder nicht mehr nur nach dem Vier-Stunden-Takt gefüttert wurden. Und diese Schreilassbabys, wozu ich gehöre, hatten gute Gründe, per sie mit den Schreienlassenden zu sein. Ich habe immer gedacht, das hat was damit zu tun, dass man einfach sehr viel Respekt hat und zu dem anderen sehr aufschaut. Das ist rührend, weil das setzt ja voraus, dass Personen sich das wirklich gut überlegen oder ein Gefühl haben dafür. Und das, glaube ich, ist es nicht. Es ist Nähe und Entfernung. Also wir sind sehr nahe, wenn wir per du sind. Ja, das ist so. Deswegen, glaube ich, wäre das voll schön, wenn wir per du sein könnten. Wobei ich schon das Problem habe, in manchen Zusammenhängen ist es mir dann zu nahe. Aber ich bin ja auch schreien gelassen worden. Ich brauche Abstand. Das war auch tatsächlich mein Gedanke gestern, dass wir diese Frage stimmigsterweise am Ende des Gesprächs führen würden, weil dann hätten wir annähernd eine Stunde miteinander verbracht und könnten das einschätzen, ob wir das wollen. Die Entscheidung, das aber vorher zu fragen, hat etwas leicht Idiotisches. Aber ja, dennoch haben wir sie... Was Überfallendes. Ja, danke. Überfallendes. Aber ja, also von unserer Seite ist es natürlich, die Intention ist gut, aber die Frage ist, ob die Situation schon dafür bereit ist. Naja, aber das dürft ihr euch jetzt nicht fragen. Wenn ihr per du sein wollt, müsst ihr das auch tragen. Da kann man jetzt nicht sagen, wir fragen uns was, sondern dann machen wir das. Super. Ich danke für die Klarheit. Sehr gut. Dann machen wir das. Hallo. Hallo. Hallo Marlene. Ja, dann haben wir das geklärt mit dem per du sein. Das musst du auspacken. Wir haben immer Gasgeschenke. Okay. Und wir haben da was kurzes, kleines Besorg. Klitzer, klitzer, raschel, raschel. Ja, das sind zwei kleine Dinge. Das klingt nach Flaschen. Nein, nicht ganz. Könnte das Alkohol sein? Es ist immerhin Österreich. Es ist immerhin Österreich. Also du hast mal bei einem Ö1-Interview gesagt, dass es dir darum geht, die Wahrheit zu entdecken und genau hinzuschauen und Dinge zu beleuchten. Und das ist so etwas, wo es dir leichter fällt, Dinge noch genauer anzuschauen. Das ist nur eine kleine Kleinigkeit. Ah, ich weiß, was es ist. Es ist eine Lupe. Ja, genau. Wunderbar. Das ist auch wirklich praktisch, weil ich habe eine auf meinem Schreibtisch und dann kann ich auch mal auf meinem Lesetisch eine haben. Natürlich. Also ich bedanke mich aufs Allerherzlichste. Und es ist, darf ich berichten, ein ganz wunderbares, elegantes, gedesigntes Objekt mit Schwarz und diesem Glas dazwischen. Es ist großartig. Das freut uns. Vielen Dank. Eins, zwei, 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 zwei. Also es hat schon mit Glas zu tun. Ja, es gibt noch was Glas. Stimmt. Man könnte es natürlich auch als unglaublich kleines Heferl verstehen, wo man dann doch ein bisschen Cognac eingibt. Naja. So weit kommen wir nicht. Also das wollen wir nicht. Vor allem ist es nicht Konkavis raus. Wie heißt das andere? Convex. Convex ist zu wenig Convex. Damn. Okay. Moment, es geht weiter. Und zwar, bitteschön. Ich komme jede Woche zu euch. Kill them with kindness. Wir haben nämlich das Gefühl, dass deine Meinungen und Statements oft Anstoß geben für neue Sichtweisen. Und deswegen haben wir dir Murmeln mitgebracht, weil du oft Steine ins Rollen bringst. Wunderbar. Und ich spiele Murmel mit meinen Enkelkindern. Das ist eine, da werde ich jetzt mit den durchsichtigen, herrlichen Glaskugeln, werde ich punkten in der Konkurrenz der Generationen. Vielen Dank. Ja, spielerisch. Aber sehr, sehr wohl überlegt. Vielen Dank. Ja, das war es. Also die Präsente sind getätigt. Muss man hier nur noch kurz richtig crediten. Das ist beides von der Kevo. Das hat sich die Kevo überlegt. Sie hat davon berichtet, mir, aber ich habe das nicht so zu tun gehabt. Damit ist das Du schon sehr schön abgestützt, weil offenkundig hast du dir viele Gedanken gemacht. Und das ist ja dann eine schon Nähe. Das ist eine Nähe, genau. Ich habe mir auch viele Sachen angeschaut von dir. Und ich wollte dir eigentlich auch was Blaues kaufen. Ich habe gewusst, du magst Blau, weil dein Kasten in deinem Arbeitstimmer ist blau. Das ist richtig, ja. Und du hast heute auch was Blaues an. Lustig. Das gibt es gestern dem Christian gesagt. Ja, Blau ist eigentlich ganz lange Zeit meine verhasste Farbe gewesen. Dieses Mädchenuniformblau, dieses immer blau angezogen als kleines Mädchen. Und nur für diese blauen Kleidchen, diese blauen Mäntelchen, diese blauen Schuhchen. Denn lebenstechnisch war die Kleidung der erste Hinweis, weil wir natürlich in einer sehr katholischen Familie von den primären und sekundären Geschlechtsteilen uns nichts ausdenken konnten, war die Kleidung, die Unterscheidung im Geschlecht ganz stark. Und das Blau dieser Kleidung hat mich von meinen Brüdern entfernt und hat etwas anderes aus mir gemacht. Und deswegen war das sehr lange nicht zu machen. Und dass ich es trotzdem wieder trage, und zwar ein ziemlich spitzeres Blau als damals, ist eigentlich eine Art Versöhnung mit den Vorgängen. Aber hat man da nicht rosa getragen? Wie ist das? Nein, das gab es nicht. Rosa gab es gar nicht. Was haben die Burschen getragen? Die Babys haben rosa, das ist ein Baby-Rosa. Die Burschen haben grau. Grau. Graue Hosen, graue Pullover, grau. Die Jeans waren schon ein weiter Schritt in der Färbigkeit des männlichen Auftretens. Ja, Christian, du musst dir mal den Gast heute vorstellen, den wir überhaupt da haben, weil wir starten schon in das Gespräch hinein. Das ist bei uns immer so. Also, ich lese ab. Marlene Strerowicz ist eine Autorin und Regisseurin, Studium der Slavistik und Kunstgeschichte. Sie schreibt Romane, Theaterstücke, Novellen und theoretische Schriften, sagt Wikipedia. Die feministisch orientierte Strerowicz gilt als eine der politisch engagiertesten deutschsprachigen Gegenwartsautorinnen. Wie kam es dazu? Wie würdest du dich selber beschreiben? Wie geht's dir? Wie kam es dazu? Oh Gott. Es kam eben dazu und es ist ein Glück. Also, es ist doch so, dass eine Person dann oft auch nicht genug dazu beitragen kann, davonzukommen. Das ist also gelungen und ist ein Glück und eine Frage der Kraft, die auch nicht so selbstverständlich abzurufen ist. Und mir geht's immer besser. Ich würde dann da vielleicht gern ganz zu Beginn, vielleicht nicht ganz, aber zu Beginn anfangen. Wir kommen beide aus der selten bürgerlichen Kleinstadt, die wir benennen oder nicht benennen können. Aber man kann es leicht nachlesen über uns beiden. Ja, sagt sie es halt. Baden bei Wien. Ja. Ich habe dort auch schon mal gewohnt. Also, wir haben es schon... Das vergesse ich immer. Wie war es für dich dort? Welchen Einfluss hat das gehabt? Vielleicht die Stadt, vielleicht auch die Familie? Inwiefern berührt das auch schon dein ursprüngliches Interesse zur Literatur? Also, diese Stadt ist schon etwas Besonderes als die ehemalige Sommerresidenz der Kaiser Österreichs, was dann unter Kaiser Franz Josef Brach gefallen ist und eine ewige Wunde in der Identität dieser Stadt ist. Aber wir müssen uns erinnern, dass alles, was negativ an der Aufklärung in Österreich war, in dieser Stadt stattgefunden hat. Also, allein die Protokolle über die Bespitzelung Beethovens geben Auskunft darüber, dass jede dritte Person ein Spitzel war, wenn im Sommer die kaiserliche Familie da war. Was dazu geführt hat, dass ich die DDR sehr gut verstanden habe und geradezu traumverloren da herumgegangen bin und das sowieso alles normal gefunden habe, auf eine seltsame Art und Weise. Aber das ist ein sehr verschlossener Ort, ein enigmatischer Ort, an dem aber nichts ist. Also, das Enigma ist das Nichts. Und ich bin da aufgewachsen, als wäre das der Kosmos und es gäbe nichts anderes. Und ich glaube, das gibt es in anderen Umgebungen weniger, weil dieses Wien daneben so ragt, aber Wien war es eben nicht. Das war eine sehr, sehr selbstgewisse Enigmatik des Nichts. Und durch die Situation mit dem, also das Katholische hat die Hauptkonfiguration betroffen. Ein Vater, der Lehrer und Schuldirektor ist, entfernt eine kleine Person schon mal von der Gesellschaft. Das ist so. Und dann war der ja noch Bürgermeister und ewig war der Bürgermeister. Und das war eine so seltsame Pubertät dann, dass meine Großmutter hat nicht mehr mit mir gesprochen, weil die Gerüchte über mich so getobt haben und ich schon zwei uneheliche Kinder hatte mit 16, die im Tratsch aufgetaucht sind. Also es gab unglaubliche Geschichten, von denen ich nichts wusste, die aber dazu geführt haben, wie Leute mich auf der Straße angeschaut haben. Aber warum wurde sowas erzählt? Weil das Interessante ist. Also eine Tochter eines wichtigen Mannes, der nicht beliebt ist. Mein Vater war nicht beliebt, der war geschätzt. Das ist was anderes. Und so ein Mädchen, das ist ein Erzählfetzen. Das war schon mit allen anderen so. Also das ist jetzt nicht auf mich, beziehungsweise auf die junge Frau bezogen, die in der Öffentlichkeit steht. Das ist so wie ein Hollywoodstar oder was. Das wird einfach, die Sexualität wird vermutet und die wird auch besprochen. Und auf der anderen Seite war ich so streng gehalten, dass ich durfte sowieso nicht, also eigentlich, wenn ich von muslimischen Erziehungen muss immer lachen, weil das war viel schlimmer. Es gab keinen Schleier, aber es gab auch keinen Ausgang. Und wenn ich im Kaffeehaus saß, hat jemand angerufen bei meinen Eltern und es gab wieder Hausarrest. Und es hat auch Hausarrest geheißen. Und das war schon eine sehr, eine kleine Person bedrängende Situation, in der du eigentlich nicht Luft kriegst. Und die Frage war nur, gibst du nach und kriegst die zwei Kinder, die sie dir schon angedichtet haben, oder schaust du, dass du weiterkommst und es ist gelungen, weiterzukommen. Wie alt warst du, als du dann das erste Mal Mutter wurdest? Ich war dann 25. 25, ja. Also nicht 16. Nicht 16, nein, und auch entschlossen. Ich muss sagen, nämlich, ich habe auch diese, da gab es eine ganz bestimmte Art von latenter Sexualisierung von allem, ohne dass darüber je gesprochen wurde. Ja, ich halte das für sehr katholisch, dass in diesen, in diesen kleinen, kleineren Communities gut verbreitbar ist. Das ist übrigens etwas, was jetzt Kurz betreibt auch mit dieser Frage der Homosexualität, der Männergruppe, wie Babys in die Welt kommen und, 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 und. Und das ist, das ist katholisch. Das ist schlicht diese, die hohe, die Übersexualisierung der Welt, die nicht mehr sichtbar ist, weil sie überall ist. Was haben Romane, was haben Bücher für dich bedeutet in deinem Heranwachsen? Also ich war dieses kleine Mädchen, das alles gelesen hat. Ich hatte mit zehn die Kinderbibliothek ausgelesen und bekam die Erlaubnis, in der Erwachsenenbibliothek zu lesen. Ich habe auch dort gearbeitet. Ich habe mein Leben lang immer gearbeitet, also ich war, das hieß Bücherkind. Dabei gab es nichts, außer, dass du die Bücher umsonst ausleihen durftest. Und ich bin dreimal in der Woche in die Bibliothek gegangen und habe die Bücher einsortiert wieder und habe dafür die Weltliteratur gelesen und war mit zwölf fertig damit. Wahnsinn. Aber das ist normal. Also ich sehe das jetzt, wenn die Harry Potters gelesen werden, die sind ja auch im Nu ausgelesen und sind solche Schwarten. Also es war diese Art zu lesen. Das ist Flucht. In eine andere Welt oder was? Absolut. Und die Imagination. Also ich kann ja mit Filmen nicht viel anfangen oder zu viel eigentlich. Und liebe es, in diesen selbstgemachten Filmen eines Romans mich zu bewegen, wo ich ja auch innehalten kann, also wo ich alles in der Hand habe eigentlich, alle Bewegungsformen. Und das finde ich ja auch die Überlegenheit der Literatur, dass du, du kannst das hinlegen, das Buch, und kannst in dem Bild stehen bleiben und dann kannst du es immer noch anders denken und dann fangst du wieder an zu lesen und es wird wieder anders. Das ist einfach, das ist die Freiheit, die die bildgebenden Medien genommen haben. Das stelle ich voll gut. Wann hast du begonnen zu schreiben? Also ich habe immer geschrieben. Also das Schreiben war immer das, was es dann geblieben ist, Niederlegung. Also die Verfestigung von Sprache. Und mit 18 der erste Text, der fertig geschrieben wurde und bewusst sich eine Aufgabe gestellt hat. Und warum hast du begonnen zu schreiben? Weil ich niederlegen wollte, also in die Sprache reißen, wie die Sonne durch eine Glasvase auf eine weiße Fläche fällt. Und war dir dann klar, dass du Schriftstellerin werden willst, wie du dann geschrieben hast? Nein, ich wollte eigentlich Professoren für Slavistik werden. Also ich wollte eine akademische Karriere machen. Ich hielt das für absolut The Cat's Pyjamas, wie das auf Englisch heißt. Und war da auf dem Weg, hätte aber ganz, ich hätte mindestens ein Jahr nach Russland gehen müssen und war da schon verheiratet. Ich habe jetzt 20 geheiratet. Und das habe ich getan, um vor der sexuellen Revolution davon zu kommen. Wie meinst du das? Damals haben Männer, auch die netteren Männer, die gedacht, und es ist lustig, dass die Feminismen relativieren das jetzt und reflektieren das. Es wurde uns gesagt, die Freiheit wäre in den One-Night-Stands. Und wir sollten da doch Blitte Ruhe geben. Also wir wären jetzt frei und jetzt müssen wir ficken. Also ich bin die Generation, die lernen musste, dass es diese Dauerbeziehung nicht mehr gibt. Ein riesiger soziologischer Vorgang, der nicht besprochen wird. Wir sind um die Versorgungsehe gebracht worden, ohne dass wir dazu irgendetwas sagen hätten können. Und die Scheidungsverhandlungen in den Ende der 70er Jahre, da war ich auch noch in einer ÖVP-Kommission dabei und da wurde die Mutterrolle in Österreich gestrichen. Und unsere Gesellschaft widerspiegelt das im Augenblick auch, dass nämlich das Kinder großziehen ist keine Arbeit. Die Frau muss für sich selber sorgen und muss das halt, das ist ihr Problem. Und genauso läuft das auch. Und es ist ja doch auch interessant, dass die Rechtsradikalen, die Neurechte, erst mit dem Kindergeld hier eine Heilung dieses Zustands gebracht haben, während die Bürgerlichen dafür gesorgt haben, dass die Frauen in unglaubliche, chaotische Zustände geraten, weil es gab überhaupt keine Rolle mehr, außer eben die sexuell befreite Rolle. Und ich weiß schon, dass viele Frauen daran zugrunde gegangen sind, dass es dazu geführt hat, dass ganze Generationen in sich zusammengesunken sind. Und wieder einmal wurde das gesamte Potenzial verpufft oder geradezu gegen die Personen gerichtet. Und es wäre eigentlich eine Art Klassenkampf notwendig gewesen von den Frauen her. Und da waren die Interessen der einzelnen Parteien zu weit auseinander, weil die Linken natürlich überhaupt kein Interesse an einer Familienpolitik hatten, sondern eben auch die einzelne Person, die sich in Gewerkschaften organisiert, bevorzugt hat. Und die Frau, wie hieß sie, unsere Frauenministerin, unsere Erste, die Frau Donal, genau. Namen ist wirklich, aber schon immer, das ist jetzt kein Zeichen von Verfall. Im Gegenteil, es fällt mir mehr ein. Aber die Frau Donal war natürlich eine, die war eine Frauengewerkschafterin und hat uns auch nur zum Teil Freiheit beschert. Naja, wahrscheinlich in dem damaligen System fast vielleicht sogar mehr, als man erwarten konnte. Nein, ich glaube, dass es wirklich falsch gelaufen ist. Das ist andere Wege. Also es hätte wirklich, es wurde ja die Familienpolitik nur über die Frauen erledigt und nicht gemeinschaftlich. Also es wäre schon notwendig gewesen, damals und von Anfang an über die Väter auch zu sprechen. Also das Familienoberhaupt ist ja über die ÖVP-Politik geblieben. Es gibt ja immer noch die Wahl. Und das ist genau der Punkt, warum es nicht funktioniert. Und das ist letzten Endes der Punkt, an dem dann am Ende der Femizid steht. Das Gefühl der Überlegenheit ist ganz tief auch im Gesetz immer noch vorhanden. Und das hat die ÖVP sehr gut hergestellt. Wobei ich sehe, dass kurz jetzt zum Beispiel mit so Dingen wie die frühen Noten von Kindern, also wo die Pädagogik, die in Österreich ohnehin eine Katastrophe ist, international gesehen, dass die Pädagogik, die sich eigentlich von der Basis her, also die Lehrer und Lehrerinnen, die dann jeweils nachkamen, waren alle viel besser als das System, wie wir überhaupt viel besser sind als unser Staat und Einzelnen. Und das ist bedrückend, weil das natürlich die Anerkennung bräuchte, wie toll wir unsere Sachen machen. Aber die Pädagogik, die jetzt die ersten zwei Jahre der Kinder unbeschrieben lässt und nur über eine Verschriftlichung der Beschreibung des Kindes das Kind in den Mittelpunkt stellt, wird über die Noten wieder der Vater in den Mittelpunkt gestellt. Systemisch ist das so, der Staat stellt sich zwischen die Familie, also der Staat greift in die Familie ein, tief, und verlangt Satisfaktion von der Familie. Und das wird an den Vater gerichtet und setzt den wieder in einer ganz besonderen Form und subtil zurück ein. Und ich höre dann immer diese Sachen, dass der bürgerliche Vater vor dem akademischen Gymnasium sagt, ja, der Bub muss ja wissen, wo er steht. Und dann ist schon wieder das Ständische da und der Austrofaschismus lacht schon wieder herunter. Und es ist alles sublim, nicht sublim, subtil und subtilsublim, würde ich sagen. Ich würde hier gerne nochmal zurückgehen direkt in deine Biografie, nämlich, du hast gesagt, mit 20 hast du geheiratet, mit 25 Mutter. Da kam auch irgendwann der erste Roman heraus. Nein, der kam mit 46. Aha, das habe ich tatsächlich dann, ist du mir leid. Nein, nein, das ist ja aber normal. Also ich habe ein ganz normales Leben. Ich bin auch sehr daran interessiert, ein normales Leben und unauratisch zu haben, weil ich das für die größten Sündenfall halte, auratisch zu sein. Deswegen habe ich große Probleme mit unseren Nobelpreisträgerinnen und Preisträgern. Nein, diese Form der Hierarchie zerstört ja aber sowieso das Werk selbst. Also es ist eine Behinderung letzten Endes. Eine schöne Behinderung wahrscheinlich, was viel Geld bringt, aber es ist eine Behinderung. Und es ist ja auch eine moralische Frage, das alles mitzumachen, über die niemand nachdenkt mehr, aber die Satra ja doch sehr gut einmal formuliert hat. Nein, ich habe diese zehn Kinderjahre. Ich wurde bei der Geburt des zweiten Kindes verlassen und musste mich dann durchschlagen und habe da den Schock meines Lebens, weil das der Zusammenbruch aller Vorstellungen war, die überhaupt existiert haben. Das ist ein Schicksal, das kennen alle Frauen eigentlich, denke ich, wissentlich oder auch unwissentlich, ist dieses in der Weiblichkeit getroffen zu werden, gesagt zu werden, mit dir geht das alles nicht mehr. Und das ist genau das, was meine Generation ja dann vollziehen musste. Wenn sie die Schlagertexte der 60er und 70er Jahre anhören, geht es nur um Trennung. Es geht immer, weine nicht, also merci, Cherie, weine nicht, auch du findest irgendwann dein Glück. Und so haben die sich auch benommen. Und es war eher die Langweiligeren, die geblieben sind, und die anderen sind alle auf Abenteuer ausgezogen und haben uns mit den Kindern allein gelassen. Das ist auch normal, das ist von Generation zu Generation immer dasselbe. Aber in dem Fall war es von der Gesellschaft affirmiert. Es hat niemand gesagt mehr, was machst du denn da, sondern es war ganz normal. Das musst du jetzt aushalten, hat sie gesagt. Aber dein Geld verdient hast du damals, wenn du den ersten Roman erst mit 46 geschrieben hast? Ich war beim ORF. Ich habe als ORF-Mitarbeiterin in der Familienredaktion gearbeitet und habe Serien gemacht, wie der Wiedereintritt ins Berufsleben für Frauen. Also ich habe solche Dinge schon gemacht. Ich habe als freie, heute würden Sie ganz normal sagen, als freie Texterin gearbeitet. Hast du immer geschrieben oder eben als freie Texterin? Oder was für Texte waren das? Das war auch mal ein Kosmetikkatalog, aber das war schon ziemlich klar. Ich habe zuerst einmal diese wissenschaftlichen Dinge geschrieben. Also meine Dissertation, die war fertig. Ich habe dann die rigorosen nicht geschafft, weil das in der Situation einfach nicht möglich ist, dann auch noch so eine Prüfung abzulegen. War das in Slavistik oder Kunstgeschichte? Slavistik. Kunstgeschichte habe ich damals aus vielen Gründen abgelehnt. Und es ist richtig gewesen, weil die ja die Kulturwissenschaften nicht einmal noch begonnen haben. Und ich war als Slavistin ja schon Semiotikerin. Also das ist ein Glück gewesen. Und ich habe das ganz richtig gemacht, das toll zu sagen. Aber das war das einzige Institut in den Geisteswissenschaften, das Strukturalismus wusste überhaupt, dass es das gibt. Damals begann Schmidt-Dengler als Dozent. Und Schmidt-Dengler und die Methode des Geschichtelerzählens hat ja die faschistischen und Nazi-Schulen der Literaturwissenschaft weitergeführt. Es gab ja auch in der Germanistik keine Theorie. Du hast als freier Texterin gearbeitet und du hattest die zwei Kinder zu Hause und musstest die alleine erziehen. Richtig. Wie hast du das gemacht? Also das war sehr gebastelt. Ich weiß, wie es ist, wenn man nicht weiß, wie man die Milch bezahlen soll. Der Mann hat nichts gezahlt. Das beleugnet er heute, aber da kann man nichts machen. Und ich habe mich durchgeschlagen. Das war damals auch so ein Auftrag aus der Gesellschaft. Und das ist eben das donalsche Diktum. Und es ist zerstörerisch. Du musst es alleine schaffen. Und ich bin dann auch mit 34 sehr krank geworden. Es ist nicht zu machen. Kinder müssen von allen mitgetragen werden. Aber hattest du da Unterstützung? Ich hatte meine Schwiegermutter. Meine Schwiegermutter war sehr alt. Die hat diesen Sohn überhaupt erst mit 40 bekommen und war 70, wie die Kinder auf die Welt kamen. Hat aber jede Unterstützung gegeben. Und wir haben in dem gleichen Haus gewohnt. Und deswegen bin ich auch da geblieben, was ich heute bereue. Aber damals war das richtig. Und damit ist es so ein gebasteltes Leben geworden, das aber absolut auch wunderbar war. Zwei kleine Mädchen und du und niemand sonst, der irgendwas verlangt, ist auch eine sehr schöne Form. Und wir haben das Gemütlichste aller Leben gemeinsam verbracht. Und ich habe die auch überall immer mitgenommen. Und das war damals neu, dass eine Frau zu einem Interview kommt und das useln zwei kleine Kinder herum zum Beispiel. Und das war damals aber auch wieder möglich. Also ich kann mich noch erinnern an so eine Interviewreihe von Politikerinnen. Und da waren diese zwei Kinder mit. Und das ging sehr gut, weil die waren zwei kleine Mädchenkammern. Die sind ja weniger diese robusten Herumlauferinnen. Also diese waren es nicht. Und die saßen dann da, haben ihre Zeichnungen gezeichnet. Und ich habe die Interviews gemacht. Und das war damals auch möglich, also revolutionär. Ich glaube, heute ginge das wieder nicht mehr, hätte ich den Eindruck. Das würde wieder sehr viel Ungeduld hervorrufen. Oder weil ja alle sagen, jetzt ist es ja erledigt, jetzt kann man mit dem Kindergeld zu Hause bleiben und diese Pause machen. Das heißt, ich hatte keine Pause. Und ich habe am Tag gearbeitet, die Kinder gehabt und habe in der Nacht geschrieben. Wahnsinn. Und ich habe fünf Romane bis 1934 geschrieben. Und dann habe ich… Die wurden nicht veröffentlicht? Die sind nicht veröffentlicht. Die wolltest du veröffentlichen? Nein. Nein. Das war ein Schreiben als ein therapeutisches Schreiben oder ein strukturgebendes Schreiben? Nein. Also ich denke, ich setze mich gerade damit auseinander, weil ich jetzt auf YouTube, weil wir ja auf diese Dinge alle angewiesen sind in unseren einsamen Nicht-Kommunikationen, gibt es ganz viele Anweisungen, wie du zum Beispiel deine Childhood-PDSD niederlegen kannst und das sind Anleitungen zu ausrufen. Das ist wie magisches Weglegen. Da bin ich nicht ganz sicher, dass das funktioniert. Ich habe immer geschrieben, damit ich es wieder lesen kann. Damit du das wieder ins Gedächtnis zurückholen kannst? Ich weiß nicht. Das Weglegen ist vielleicht ein Teil davon, aber es wird eigentlich in eine andere Existenz gebracht und viel permanenter. Da weiß ich nicht, ob ein Trauma nicht besser, irgendwie anders. Also ich habe keine Ahnung. Da halte ich zum Beispiel das Malen für viel besser. Keine Ahnung. Ich sage immer, zum Malen ist mir dieses Jahr alles bewusst geworden. Das heißt, anzuklagen, ohne dass die Anklage erkannt werden kann. Das heißt, es ist ein furchtsames Anklagen. Ja, das ist natürlich auch ein Aspekt. Aber es ist mal da. Während beim Schreiben kommt die Anklage nicht. Es ist nur die Klage. Und das ist zu wenig. Und deswegen schreibst du das etwas hin, um es da liegen zu haben und wieder anschauen zu können. Und es ist ja auch enigmatisch. Es waren ja Gedichte auch sehr viele. Gedichte habe ich einmal zum Koleritsch geschickt. Er hat mir dann zurückgeschrieben, dass man von kleinen Comtessen nichts veröffentlicht. Und das war der Name. Comtessen hat er gesagt. Die der höheren Tochter gegenüber an den Tag gelegt wird. Und gegen die kämpfe ich, weil ich halte das für eine dieser klassenkriegerischen Dinge, die über alles hinweggehen und wieder nur zerstörerisch weitertun und nicht absehen von der Herkunft. Das wievielte Kind deiner Eltern warst du? Ich war das dritte Kind nach zwei Brüdern. Und das ist, glaube ich, das große Glück und das Unglück. Warum, meinst du? Ich war das Ghost Child, habe ich den Eindruck. Nach mir kam eine Schwester und dann kamen noch zwei Brüder. Und ich glaube, ich war eigentlich nicht da. Ich glaube, ich war nicht da. Und habe hauptsächlich in der Identifikation mit diesen Brüdern gelebt und war immer empört, weil ich konnte besser auf den Kirschbaum klettern. Und niemand hat gesagt, großartig. Während wenn mein dicker Bruder Christian hinaufgekommen ist, haben alle geklatscht. Also später wurden das ja dann die Kinder, von denen es keine Fotos gab. Nein, die gibt es schon, ja. Nein, nein, es war nicht so ung. Mein Vater war von einer harschen alttestamentarischen Gerechtigkeit. Und das wäre nicht der Fall gewesen. Aber eine besondere Zuwendung als diese Person, die nun diese und diese Bedürfnisse hat, das gab es sicher nicht. Ich glaube aber auch für meine Brüder nicht. Das waren schematische Formen. Wie schreibt man ein Buch? Naja, da gehst du… Sehr gut, der Übergang, Christian. I'm trying to aim for the next. Da nimmst du dir vor, dass du ein Buch schreiben möchtest. Dann überlegst du, was jetzt richtig wäre. Dann überlegst du, wofür du Material hast. Was kannst du überhaupt? Und dann gehst du ein Jahr herum und überlegst und dann schreibst du es. Das hört sich so leicht an. Nein, ein Jahr ist schon lang. Das ist schon viel überlegen, ja. Da ist schon viel überlegen, ja. Es ist eine Gestation. Das Wort Macht ist immer falsch, aber das ist die Macht der Fiktion, und dass es eben diese Instanz gibt, die hergestellt wurde über ein Jahr mit den Mitteln. Und dann ist das da und hat ein Leben für sich. Und das ist das, was Kunst ist, ein Leben für sich. Und Lebendigkeit. Und wenn es das nicht gibt, ist es keine. Wie wir… Ich bin immer gleichzeitig. Nein, nein, nein. Christian, du. Okay, gut. Ja, jetzt habe ich die Frage vergessen, jetzt haben wir es. Es tut mir leid. Wie wäre dein Leben verlaufen? Ich meine, diese fiktiven Fragen sind auch ein bisschen doof, natürlich. Aber wenn du nicht geschrieben hättest, inwiefern war Schreiben ein, vielleicht auch ein Freischreiben oder eben ein Ziel zu verfolgen? Das Schreiben ist sicher ein sich existent melden, würde ich das nennen. Seine Stimme. Nein, das Melden ist ja dieser militaristische Vorgang, dass du sagst, der Gefreiter sowieso ist auch da. Und genau darum geht es, weil wir ja in militaristischen Verhältnissen leben, ist die Anmeldung der Existenz von der Person, die das schreibt, und der Welt, die geschildert wird. Und das ist auch außerhalb von Wichtigkeit. Das hat mit mir nichts mehr zu tun dann. Und die Frage, was wäre, wenn, die beantworte ich nicht, weil es immer zu seltsamen Spekulationen führt und außerdem nicht zulässig ist. Diese Frage beantworte ich in der Fiktion, weil das ist ja auch ein Grund, warum ich darauf bestehe, dass es literarische Fiktion geben muss, ist, dass die Möglichkeiten offen bleiben, dass alles auch anders sein hätte können. Das heißt, ich könnte einmal den Roman schreiben über eine Person, die nicht geschrieben hat. Das wäre eine gültige, riesige Antwort, die dann eben diese drei Jahre beinhaltet, die das kostet, um dorthin zu kommen. Aber sonst sind es meistens Ausreden, die in diesen Fragen enthalten sind, dass ja doch irgendwie etwas ganz Großartiges passieren hätte können. Und das ist schön, wenn Leute sich damit beruhigen müssen. Wenn sie jünger sind, können sie immer noch die Hoffnung haben, dass es irgendwas ist und wir wissen ja, wie zur steuerischen Hoffnung ist. Also insgesamt nein, diese Vorstellung gibt es auch gar nicht. Und ich bin auch selbst oft erstaunt, mit welchem absoluten Elefantentrampelschritt ich das gemacht habe und durchgesetzt habe, auch gegen mich natürlich. Ich hätte ja auch wieder heiraten können und mich versorgen lassen. Das war ja nicht unmöglich. Ich möchte ihn noch kurz anknüpfen, und zwar die Frage von vorher ist mir wieder eingefallen. Und zwar, wenn man freie Texte schreibt und man hat zwei Kinder zu Hause und man schreibt Bücher und dann veröffentlicht man die aber nicht. Aber wie ist der Moment dann entstanden, dass man sagt, okay, dieses eine Buch möchte ich jetzt der Welt zeigen? Oder wie war dieser Moment? Hat man da einen Verlag gesucht oder endlich einen gefunden? Wie war das damals als Frau? Ich glaube, ich habe irgendwann ein kleines Hörspiel geschrieben. Ich kannte Thomas Bernhardt und habe über den, mich lustig machend, ein Hörspiel geschrieben. Es war aber mit dieser ganzen Tiefen, wie man mit dem geredet hat. Und dann habe ich das zurückbekommen, das 1979, glaube ich. Wir bedanken uns herzlich, dass Sie an dem Wettbewerb für ein komisches Hörspiel teilgenommen haben. Ist nicht weiter aufgenommen worden. Das war so, das waren diese, da habe ich mich Karl M. Herbst genannt. Ich habe schon gewusst, warum ein Mann, also sehr klar. Ein männliches Alter, Ivo. Ja, klar. Also diese, ich habe mir wahnsinnig viel geschrieben, also die Nächte sind lang. Aber zum Beispiel den ersten Prosa-Text, nennen wir es jetzt nicht Roman, der hieß die Gebrauchsanweisung. Das ist flutende, lyrische Prosa, wo ich selber nach zwei Jahren schon nicht mehr wusste genau, was es bedeutet. Das war wunderschön, aber es war eben, das ist das, was die Mayröcker macht, und das wollte ich nicht machen. Ich wollte nicht sinnlos werden. Und das ist auch das, was anti-avantgardistisch ist. Ich wollte immer, dass es teilbarer Inhalt ist. Und deswegen ist der nie, der liegt jetzt in der Nationalbibliothek. Den kann man schon anschauen, aber das weiß ich nicht, was das wem bringt. Also keine Ahnung. Und dann gab es weitere, und dann ist die Prosa immer schlechter geworden. Also es war ein Abstieg eigentlich. Und das hat auch mit dem Leben zu tun. Es wurde immer schwieriger. Ich habe dann als Sekretärin gearbeitet, als PR-Mitarbeiterin. Ich habe als Assistentin der Geschäftsleitung in einer Werbeagentur gesessen und musste den Siegelring tragen und mit den langen, blonden Haaren und die Jagdtermine des Direktors da, oder wie hieß der CEO, organisieren. Und das war alles betrüblich, vermindernd und absolut das, was ich gerade jetzt in der Welt feststelle, exhausting. Das ist das beste Wort dafür. Ich finde es dann wunderbar. Exhausting. Und deswegen bin ich dann mit 34 auch dann so krank geworden, lag wahnsinnig lang im Spital und hatte Angst, eine Gehirnhautentzündung, eine allergische, und hatte Angst, dass ich sowieso jetzt wahnsinnig werde oder alles verliere und habe da Hörspiele gehört. Und da gab es gerade diese Preise, da wurden die preisgekröntesten Hörspiele gespielt. Und da dachte ich mir, und zwar wirklich so, das kannst du auch. Und habe mich hingesetzt und habe Drama, also Repliken. Im Krankenhaus? Nein, dann zu Hause. Nein, das war schon alles sehr mühsam. Und habe mich hingesetzt und habe dieses erste Hörspiel, das ist eigentlich ein kleines Theaterstück geschrieben, und das hat sofort dann einen Preis bekommen, ist sofort beim SWR angenommen worden. Also ich habe die Karriere nie in Österreich gemacht. SWR war damals der Jim Barrasso, der Hörspieldramaturgie. Und die Karriere hat einfach ganz oben begonnen, da war ich 36. Aber hattest du da schon Connections zu diesen Menschen? Gar nichts, nein. Du hast es einfach eingereicht? Ich habe das, ja. Unter deinem Namen? Unter meinem Namen, ja. Und dann war ich eh schon da, in Deutschland jedenfalls. Weil du vorher eben gesagt hast zu schreiben, da ging es auch darum, sich existent zu machen. Und das Erste, was ich, meine erste Assoziation, hast du das gesagt, das war, naja, aber existent machen oder sich melden, benötigt ja auch ein Gegenüber, dass die Existenz wahrnimmt. Und deswegen wäre vorher meine Frage gewesen, wie bist du zur Sichtbarkeit gekommen? Du hast gesagt, du konntest sehr weit oben anfangen. Das ist ja auch ein … Ich konnte nicht, ich habe. Ja. Das ist was anderes. Erklär das bitte. Und aus der Logik dieser unglaublich langen Vorbereitung und Selbsterlernung und der ganzen Krisen, die durchgemacht waren, ist es eben reif. Es ist eben richtig gewesen. Und deshalb ja nicht ich, sondern so ist es geschehen. Und das kann natürlich sein, dass das für jemanden nicht geschieht. Und das ist dann auch ein Weg. Und ich halte das jetzt nicht für … Also ich habe ja nicht das Gefühl von Aufstieg oder Abstieg, sondern das ist ein Weg, sondern ich hätte weitergeschrieben. Also ich muss jetzt nicht sagen, ich habe … Irgendwer hat jetzt gesagt, es gibt mich. Ja, ich muss es mir ja selber. Also ich muss es mir ja selber. Als Frau meiner Generation, und das kommt sehr oft vor, und das fällt mir dann auch selber auf, und es gibt auch Arbeiten darüber, alle Frauen in meinen Stücken sagen irgendwann und auch in den Romanen, ich habe das Gefühl, ich existiere gar nicht. Und dieses fehlende Ich für Frauen, das ist ja noch nicht gelöst, das ist ja noch nicht durch, es ist ja noch nicht gesellschaftlich gegeben, machttechnisch sowieso nicht. Jede Vorstandsvorsitzende ist ein Sitzungsmann. Da brauchen wir uns jetzt überhaupt keine Vorstellungen machen, dass es da etwas gelungen ist. Ich bin schon aufgebrochen, dass es eine andere Welt geben muss, in der ich nichts, ich so sein kann, wie ich denke, als Frau mit allem rundherum sein kann. Meinetwegen auch mit dem Pink. Und deswegen finde ich manche Entwicklungen hinreißend, dass jetzt ein kleines Mädchen drei Jahre mit in Pink herumläuft, okay, ist natürlich Marketing, aber auch was anderes. Und da gibt es Freiheiten, von denen nicht geträumt werden konnte, nicht einmal geträumt werden konnte. Und es geht schon, und das nehme ich schon an, das ist auch das Armselige an einem Leben aus einer autoritären Familie, das ja immer armselig bleibt, auch auf einer gewissen Ebene. Und besser, du gibst es dir zu, als du verbirgst es, ist auch immer der Appell an den Vater, zu sagen, es gibt dich. Natürlich. Nur die Verarbeitung ist halt ziemlich hochstehend geworden. Und ich war irgendwie schon gerührt. Meine Eltern haben nie mit mir gesprochen, über was ich tue. Mein Vater hat mich einmal gefragt, was ich mit diesen Punkten auf will eigentlich. Da dachte ich mir, aha, die sind nie zu einer Lesung gekommen. Meine Mutter hat aber Zeitungsausschnitte gesammelt. Und mein Vater hatte, also nach seinem Tod, fand ich, auf seinem Nachtkastel alle meine Bücher gestapelt. Ich will jetzt daraus nicht ableiten, dass er es gelesen hat, aber dieser Appell zu sagen, ja, Marlene, ja, du bist auch da, der ist mir damit auch klar geworden. Und natürlich gelingt das nie, weil sonst wäre es ja schon nicht so gewesen. Aber warum hat er das nicht zugegeben, dass er stolz ist oder dass er sich sieht? Also ich glaube, autoritäre Eltern haben natürlich alle Probleme der Welt. Die sind ja narzisstisch, die sind ja systemisch narzisstisch. Und wenn du jetzt zwar ihnen Narzisstist Supply lieferst, aber damit sagst, dass sie narzisstisch sind, weil sie selber nicht unbedingt sind, ist das ein großes Problem. Und darüber sollten ganz viele Romane geschrieben werden, was das heißt. Das interessiert mich jetzt nicht, aber es ist ein ganz wichtiges Problem für die Männer. Die narzisstischen Frauen behandle ich eh, aber es ist ein großes Problem für die Männer, weil das heißt, du bist nie klein. Du kannst nie klein sein. Du kannst nie sagen, ich leide jetzt. Und das ist eine solche Beraubung. Ich würde mich da unglaublich aufregen als Mann, weil die Landschaft der Emotionen ist so schmal und so unerreichbar für die Person in diesen Verhältnissen. Und ein österreichischer Mann lebt in diesen Verhältnissen. Kurz ist absolut das Symptom dieser narzisstischen Persönlichkeitsstörung, die systemisch über Jahrhunderte eingebläut wurde. Dass man als Mann nicht klein und schwach sein darf. Jetzt schauen wir doch mal. Ich glaube, 1866 wird die allgemeine Wehrpflicht eingeführt, 1908 das allgemeine Wahlrecht. Davor durften mal die reicheren Männer wählen. Das heißt, der Mann ist ein missbrauchtes, also ein Missbrauchtes, Männlichkeit ist ein missbrauchtes Motiv in diesem Land, das mal aufgearbeitet gehört. Und die Straches und die Haiders und die Kurzens sind systemisch zu sehen und nicht als persönliche Erscheinung. So wie ich meine Eltern auch jetzt in der Lage bin, sie systemisch einzuordnen und es nicht mehr auf mich beziehen zu müssen, was ja die ganze Arbeit einer Selbstanalyse oder einer Analyse ist, sich selbst herausnehmen zu können und nicht zu sehen, nicht nur das Opfer an sich zu sehen, sondern zu sehen, wie das alles funktioniert. Und in Österreich funktioniert das so. Das hat mit dem Katholizismus zu tun. Das hat damit zu tun, dass es hier nie Philosophie gab. 1804 wurde Kant verboten in Österreich. Das hat dazu geführt, dass er privat zwar gelesen wurde, aber in der Pädagogik, auf der Universität, im Denken kein kritisches Denken, immer nur affirmatives Leibnizsches Denken. Leibniz sagt, diese Welt ist die beste aller möglichen Welten. Das ist für ein Regime wie die Habsburger wunderbar, weil dann sind sie nämlich total richtig, und zwar total. Und in der Situation ist der Mann, in diesem Schachspiel ist er eben dieser Bauer, der klein gehalten werden muss, aber trotzdem herumschießen darf, weil er als Soldat gebraucht wird oder Todesurteile unterschreibt, weil er als Richter arbeitet. Diese Zurichtung, die keinerlei kritischen Escape möglich macht, ist eine der zerstörerischsten Formen, die ich mir vorstellen kann. Und die österreichische Kultur ist darin absolut führend weltweit, wie die Zurichtung aussieht. Nur weil es so klein ist und so herzig jetzt, ist es wurscht. Ich habe unlängst mit Personen aus Zagreb eine lange Diskussion gehabt, und wir haben festgestellt, dass bei ihnen die Folgen der Monarchie auch gerade jetzt herauskommen. Das sind ja lange Linien, mit denen wir zu tun haben. Und dass die österreichische Normalfolksschule, die ja überall gleich war, aber die von der Kirche, also mit diesem Herbatianismus und allem drum und dran, dass das da sehr ähnliche Auswirkungen hat. Das heißt, diese Donaar-Monarchie, die da faschistischerweise von Buseks und Co. ausgelobt wird, ist im Grunde eine Zerstörungsmaschine gewesen, für die wirklich nur Kafka das Archiv darstellt. Und da sind wir heute an einem Endpunkt mit diesem Kurz angekommen, dessen narzisstische Persönlichkeitsstörung nun staatsführend geworden ist. Und ich finde das sehr richtig. Ich habe auch eine kleine Novelle dazu geschrieben. Und das kommt jetzt gerade raus. Es wird niemanden interessieren, weil es in Österreich ja keine Skandale gibt, weil ein Skandal würde ja nun Strukturen beschreiben. Und es geht immer darum, die Strukturen zu verbergen. Und das ist ja jetzt das, was der Mann macht zum Beispiel, dass er sich ins Parlament setzt und verbirgt, dass er an der Macht war. Das ist absolut, es ist systemisch, es geht voran. Und ich kann nur empfehlen, die Werke von Benedikt zu lesen, die Geistesgeschichte Österreichs, die das alles erklärbar macht. Weil es war immer nur eine Frage des Denkens innerhalb der katholischen Kirche und nichts sonst. Und das ist eine Männlichkeit, die sich nur in der Macht zieht, aber nie im Körper. Und was kann man jetzt machen? Also irgendwie so Lösungsvorschläge oder in welche Richtung kann man sich das entwickeln? Das ist ja rührend, das ist rührend immer dieses, was kann man jetzt machen und Lösungen. Schauen wir mal die Analyse an und schauen wir, ob wir das aushalten. Die Lösungen, ich finde, wenn jemand auftritt und einen Lösungsvorschlag macht, das ist absolut schon eine Provokation. Das gibt es nicht. Wir wollen das demokratisch machen. Wir könnten uns zusammensetzen und ein Wochenende lang überlegen, was das jetzt zum Beispiel für euch hier heißen würde. Aber Lösungen gibt es da nicht. Das sind immer Leben, um die es geht. Das heißt, die Lösung ist eine Kulturrevolution. Und alle aufs Land arbeiten und die meisten erschießen. Das hat die Frau Mao schon ganz richtig gesehen, wenn man eine Kultur ändern will. Das wollen wir aber nicht. Und deswegen gibt es keine Lösungsmöglichkeiten, sondern es gibt vielleicht vorsichtige Wegbewegungen und Umkehren oder völlig andere. Das passiert schon. Also die RTL-Generationen wissen davon schon sehr wenig, haben aber auch sonst nichts zur Hand. Also das ist alles ein Problem. Aber gibt es dann das individuelle Glück oder gibt es das nur temporär und quäntchenweise? In dem Sinn, wie das Glück uns versprochen wurde, kenne ich es gar nicht. Ich kenne es nicht. Ich kenne es nicht. Es ist auch nicht erreichbar. Und es gibt es auch für niemanden. Aber reales Glück, Glücksmomente, Zufriedenheit. Zufriedenheit ist kein Glück. Das ist etwas ganz anderes. Wenn ich durch Laxenburg gehe und mir vorstelle, wie der Kaiser Franz da mit seinen Kindern Fischer spielen und einen Tag da verbringen, dann ist das schon immer überdeckt von der Kaiserin Elisabeth, die da wild galoppierend herumreiten muss, um ihre Depression ein bisschen loszukriegen. Weil das ja alles eben nur für diesen Augenblick um 1800 reicht. Danach reicht es nicht mehr. Und das ist genau das, was unser Problem ist. Wir haben keine Denkapparate, die die Moderne überhaupt beschreiben können. Ich meine, Musil in allen Ehren, aber das ist auch ein Escape. Und deswegen lese ich englischsprachige Literatur oder italienische Literatur, weil die österreichische zwar immer gegen diese Mauern anläuft, aber sie sehr oft auch, weil das Männer sind, die es gar nicht begreifen. Thomas Bernhard ist das allerbeste Beispiel. Die Auslöschung ist wunderbar, aber wohin führt das außer in die Auslöschung? Und das habe ich auch keine Lust. Und das ist der Unterschied. Ich bin ja eine lebenszugewandte Person. Ich möchte ja, dass es weitergeht. Ich möchte, dass meine Enkelkinder eine schöne Welt vorfinden, dass es nicht so scheußlich ausschaut, wie es jetzt ausschaut. Und deswegen Weiterbewegung statt Lösungen, weil es gibt keine Lösungen. Es gibt für Leben keine Lösungen. Es gibt auch keine Reform im Leben. Es gibt nur sehr vorsichtige. Das Problem ist doch, das ist ja das, was die neue Rechte so benutzt. Diese vielen Affekte, die dir eingegeben sind und die du geerbt hast und von denen du auch nichts weißt und über die du nicht verfügst und die kulturell angelegt sind. Und deswegen haben wir diese scheußliche Pandemie-Politik, weil wir immer schon ein Gefängnis waren. Wir sind hospitalisierte Personen in dieser Kultur. Wir sind perfekt hospitalisierte Einzelpersonen, wobei die Pandemie jetzt das Einzelpersonen herausgebracht hat. Und das mag vielleicht eine Möglichkeit sein, sich dem zu entwinden. Weil ich fühle mich viel verbundener mit dem ersten Lockdown und mit dieser auch sehr großzügigen Handhabung von Personen, wie sie Abstand gehalten haben, fand ich mich plötzlich gut aufgehoben. Viel besser, als ich es dachte. Und nehmen daraus ein unglaubliches, positives Potenzial mit. Und es gibt so viel mehr nette Menschen als grausliche. Und die kleinen Dinge des Alltags, jetzt gerade in der U-Bahn mit einer Frau meines Alters, eine kurze Unterhaltung durch die Maske, wie schön diese Tage sind und dass man immer schon glaubt, es ist vorbei und es kommt wieder noch einer. Und das ist so für unsere Leben, die ja jetzt auch schon ziemlich fortgeschritten sind, war das so ein schönes Bild, zu sagen, ich denke mir, es ist jetzt schon aus und dann kommt noch mal was um die Ecke und noch mal. Es war so positiv. Mich rührt das und ich bin begeistert. So gesehen ist in dieser hohen Hospitalisierung dann schon wieder ein Potenzial, sich herauszu. Also radikal, und das ist, glaube ich, meine Lebensform, radikal das Leben, was da vorgeschrieben ist und es in dieser Totalerfüllung transzendieren. Wenn du das brave Mädchen bist, bis zum äußersten Ende kommst du drauf, was es bedeutet, und dann bist du drüber. Und ist es dafür auch, weil du kurz den Körper erwähnt hast, und auch dieses Reiten in Luxemburg, wie spielt der Körper die Nutzung oder das Im-Körper-Sein? Ist das eine Möglichkeit, in den Moment zu kommen oder eben zu sich zu kommen? Weil wir konnten, wir mussten alle in dieser Wohnung sein. Das heißt noch nicht, dass wir unseren Körper bewusst wahrgenommen haben. Aber es gibt diesen Feminist Survival-Podcast, wo Sie sehr viel über das reden. Was bedeutet es, eine Frau letztlich natürlich auch ein Mensch zu sein? Und Sie betonen immer wieder, dass in den Körper kommen. Ja, das ist sicher für uns nochmal besonders wichtig, weil uns der Körper ja im Leiden Jesu weggenommen worden ist. Ich hoffe, in den späteren Generationen weniger radikal, als das für mich der Fall war, wo in der Passion der Osterwoche wirklich gezwungen wurden, das Leiden Jesu an uns selbst nachzuvollziehen und damit praktisch in einen Männerkörper zu geraten und den eigenen zu verlieren. Das ist nämlich der Weg, wie das passiert. Das heißt, ich kann das Leiden Jesu nachvollziehen, aber ich weiß nicht, wie wie eine Geburt geht. Und das ist die wahre Verunstaltung der Verhältnisse. Und das ist ja keine Veränderung, weil die Kinder kriegen, bleibt ja dann trotzdem noch übrig. Also ich kann also beides. So gesehen fühle ich mich auch ziemlich potent, das zu beurteilen. Ja, das wirkliche Problem scheint mir zu sein und deswegen bin ich so deprimiert gewesen und bin das auf der Ebene immer noch. Was du nicht schon hast, kannst du in der Krise nicht hervorholen. Und da sind wir. Und da kommt eben heraus, dass viele Leute viel mehr Potenzial haben, als es ihnen zugetraut wird von diesem System, in dem wir leben. Also dieses Regime, dieses Unsichtbare über uns Wachen, Herrschen und Kontrollieren. Sprechen wir jetzt von Frauen? Nein, wir sprechen von allen Personen. Und die Frauen kommen da in der, ich glaube, heute in einer abgestuften Form. Es gibt eine zur Kenntnisnahme und dann gibt es die selbstverständliche Nachreihung in der Kultur und wir haben immer mit beidem zu tun. Und eins wird die Dominanz übernehmen. Das kann gut ausgehen und es kann schlecht ausgehen. Nur so ein Beispiel, was mir letztens aufgefallen ist, was ich auf Facebook gesehen habe. Da war so ein Poster, da ist gegangen um einen Absolvent-Sternchen-Innenchor. Und dann ist ein Kommentar darunter gestanden, also ich verstehe diese Schreibweise nicht von einem Mann natürlich und ja, aber sonst super Idee oder irgendwas. Und ich habe mir so gedacht so, aber das ist ja das, wo ich jetzt irgendwie sichtbar wäre als Frau. Die Absolvent-Innenchor auf diesem Foto zum Beispiel, da waren fast nur Frauen drauf. Und trotzdem sagt man dann Absolvent-Innenchor und dann sagt man, also da... Ein schönes Beispiel, aber wir haben ja mit dem Herrn Lissmann zum Beispiel am Philosophischen Institut der Universität Wien jemanden, der die Gebote der Monarchie wunderbar aufrechterhält, indem er das ästhetisch angeht und sagt, das schaut schierig aus, wenn man das so schreibt. Wobei das Sternchen ja ein außersprachliches Zeichen ist, das jetzt nicht grammatikbezogen ist, sondern kulturell. Und diese Leugnung, die jetzt von der Philosophie herkommt, und das macht er mit der ÖVP zusammen, mit Frauen aus der ÖVP, da gibt es ganze Kampagnen. In Deutschland gibt es den Verein für die deutsche Sprache, wo übrigens Frau Maron dabei war oder ist, die sich dagegen wehren, dass diese Schreiber, also dass überhaupt das Achillixem nicht mehr verwendet wird, also unter der männlichen Bezeichnung auch alle Weiblichkeit gemeint ist. Und dass dieser Kampf immer noch existiert, den habe ich begonnen an der Uni 1970. Und ich habe ja eine eigene Liste, die erste Frauenliste an der Universität Wien gehabt, das habe ich auch mein Mandat gekriegt. Aber dass das weitergeht und dass zum Beispiel das Wahlprogramm von damals ohne viel Veränderung immer noch angewendet werden könnte, weil wirklich gleichgezogen ist nicht. Und die Gleichberechtigung existiert nicht, obwohl sie mir in der Verfassung versprochen ist. Und dass das in diesen Winzigkeiten immer noch möglich ist, das ist aber die Zermürbung. Dass dieser Mann, das jetzt wieder schreibt, ist von ihm ein ideologischer Schritt, dich zu zermürben. Ich habe einfach darüber nachgedacht. Ich habe dann drunter geschrieben, das ist die korrekte Schreibweise. Absolut, aber dass du es überhaupt machen musst. Ich habe mir aber gefürgt, da ist in mir so ein Gefühl drinnen, jetzt löse ich vielleicht eine Diskussion aus. Ja, jetzt kriegst du ein Schiedsdorf. Und jetzt schreibt er irgendetwas anderes zurück, da muss ich mich irgendwie rechtfertigen für das. Und es macht was. Naja, das ist aber unerträglich. Ja, aber das ist das, was die neue Rechte will. Dass du genau dich so fühlst. Es gibt einen sehr schönen Artikel von Armin Wolf auf seinem Blog, wo er darauf hinweist, wie viele LeserInnenbriefe da kommen, sobald er gendert. Und ich merke mir das Wort nicht, Glottisschlag kann das sein, dass es so heißt. Ja. Diese Trennung, diese kurze Pause im Wort LeserInnen. Und da ist natürlich ein sehr häufiger Vorwurf, den er eben auch benennt, dass das eben kein natürlicher Moment in der deutschen Sprache ist. Und er hat dann als ein unglaublich schönes Gegenbeispiel das Spiegelei, das nicht zu verwechseln ist mit der Spiegelei, die sich ja exakt ident schreibt. Also ein sehr, einfach googeln, Armin Wolf, gendern. Ja, aber diese fehlende Sensibilität. Nein, das ist keine Sensibilität, das ist Machtpolitik. Es geht darum, die Frauen auszulöschen. Und zwar einfach der Vorgang der Löschung ist das. Und es ist hoch anzusetzen. Es ist ein wichtiger Punkt. Und wenn jemand einer oder eine das nicht ertragen kann, dann gibt es gute Gründe, diese Person, an dieser Person zu vermuten, dass es nicht um Freiheit geht. Super. Ich habe damals gar nicht gewusst, wie das noch nie zugeschrieben worden ist, dass mir was abgeht. Was, also ... Ja, aber das ist genau das, wie wir gehalten werden. Ja, das ist nicht eine, dass kulturell das Richtige nicht selbstverständlich durchsetzbar ist in Österreich. Du kommst ja hier, und deswegen hat es da kurz ja so gut, in dieser verschlammten, also in dieser systemisch verschlammten, schlammigen Kultur ist ja zum Beispiel der Satz, wir posten doch auch alles so, die Eintrittskarte in alle Korruptionen und damit in die Eliten. Und dass es der Zugang zur Macht ist, über diese Schlammwege. Und wenn du hier sagst, ich möchte über Moral sprechen, dann reißen alle die Hände in die Höhe und sagen, Moralien, sauer, nein, so was, und das haben wir, das können wir nicht und das werden wir nicht. Und in Wirklichkeit ist es aber die Aufgabe der Philosophie zum Beispiel, eben Moral und Ethik mal für uns ein bisschen anzureißen und uns Lösungsmöglichkeiten da schon lösungsmöglich machen. Weil in dem Text ist natürlich ein Vorschlag drinnen. Gelebt ist die Lösung nicht möglich. Also dieses sich vollkommen lösen von etwas geht nicht. Das ist meine Lebenserfahrung. Du kannst dieses Gemachte an dir selber, die Perspektive, du kannst die Perspektive auf dich ändern, dann, aber du kannst dich nicht davon befreien, also davon loseisen, dass du jetzt in dieser Form von Familie groß geworden bist. Und das ist aber auch demokratisches Denken. Du musst dir ja selber freigeben, dass es so ist, wie es ist. Du bist eben in dieser Familie aufgewachsen und das nimmst du jetzt demokratisch und sagst, du befreist dich jetzt selbst von allen Hindernissen der Herkunft. Und das ist ein wunderbarer Vorgang. Und Demokratie wäre dann, wenn sie so gedacht wird, ja auch ein wunderbarer Zustand. Wir sollten langsam Schluss machen. Schluss machen! Aber, Clebo, du hast am Ende noch so viele, da waren so noch wunderschöne Fragen. Also, was auch immer wir noch machen wollen, wir können es machen. Aber wir sind jetzt auf über einer Stunde. Ja, eben. Und machen wir Schluss? Ja. Ja. Ach, wir können ja, wir können ja wieder einmal. Ich glaube auch, es gibt da einige Themen. Wir sagen das immer, aber wir machen es dann nie. Nein, das stimmt nicht. Aber es ist bisher noch nicht passiert. Ja, das ist euer Problem. Genau. Würdest du wiederkommen? Ich würde sehr gern wiederkommen. Du hast wieder Geschenke. Und es muss auch keine, nein, ich würde auch sagen, dass die Geschenke ausreichen. Ich bedanke mich sehr herzlich. Ja, dann. Schön. Danke, Marlina, dass du da warst. Es war wirklich großartig. Danke für die Einladung. Danke. Und die Geschenke. Alles Glas, alles durchsichtig, alles ein bisschen glitzernd und mit schwarzen Rändern. Stimmt. Großartig. Großartig. Passt du alles zusammen. Na gut, Spaß. Danke. Danke dir. Tschüss. Bye. Audiamo Plus. Wir hören uns.